... ... ... ... ... WIE?' Es ist mein Haushalt. Halt, Stopp! Da bleibt alles so, wie es hier ist. Im Moment höre ich nichts mehr. Mal sehen, was es im Fernsehen gibt. Gartenabend, heute sprechen wir wie... Ich liebe Gartenbause, dummes. Ja, schrei nicht so, die Scheiße. Nimm dir seine Stunde an den Scheiße, einen blöden Stein da dran. Das dumme Nichtviech. Ist doch gut. Das dreht mich total auf, ey. Guck mal. Halt. Man sieht, es ist Obst im Haus. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. HAUGH! Der Big Tasty Bacon Barbecue mit Soße, 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 Soße. Jetzt wird schnell geschlafen. Ja, Mama. Das ich nichts kann, nur weil ich nicht will. Das Tittertchimmer bleibt außer wie sie. Warten Sie mal ab, das Blödsinn. Ich will Tupi essen. Genau. Hey, ich hab mich am setzen. Komm zu mir und mach mich. Ich will Tupi essen. Das ist eine Maschine, die in Sachen reingucken kann. Hier spricht Ihr Pilot-Captain-Captain-Captain-Captain-Captain-Captain-Captain. Und ich werde nicht grantig. Lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen. Dottor Ressau! Wahrscheinlich schaffst du es gar nicht beim Erd. Und Raheem Sterling.